Herzlich Willkommen zu einem neuen Folge Europa Universalis 4 in unserem Großbritannien. Wir befinden uns immer im Krieg gegen Holland als Hauptziel. Dabei haben wir noch Spanien gleich mal reingenommen. Jetzt schauen wir mal, dass wir bald Frieden machen können mit allen. Die können wir mal ausspalten. Jetzt haben wir ja bloß noch da oben die, genau. Ah, durch Marschen könnten wir auch mal Frieden machen. Sehr schön. Können wir mal die Religion erzielen, spaßeshalber. Ähm, Taxen. Machen wir mit dir Frieden? Kann ich dich jetzt schon so ein Basal machen? Nein. Wegen deiner blöden Armee. Ist das bloß mit der, oder? Ja, und Spanien. Die ganzen Kolonien drin. Schauen wir mal bei Spanien. Äh. Das gibt ein bisschen AE. Ich muss mal die ganzen Kampel aufgeben. Moment. Ah, das geht nicht. Ah, schade. Das geht auch nicht. Ich kann die Kanada entlassen. Wir sind auch. Tyrion. Wir sind auch nicht. Ah, schon da. Okay. So. So. Du. Hierste Mal ein Box. Und da. Nein. Du sollst doch da hin. Jetzt verdrücken sie sich wieder. Ja. Ja. Äh. Wieso? Ach so. Hm. Das ist blöd. Ah, da wird jetzt schon belagert. Sehr schön. Dann. Geht auch mal da hin. Geht auch mal da hin. Gehen wir die mal zusammen. Gumm dir doch mal ein bisschen entgegen. So. Gumm dir doch mal ein bisschen entgegen. Sehr schön. Wie schaut es hier aus? 115. Ja, die Frank hat wieder eine Revoluzung. Sehr schön. Das trifft sich gut. So. Was ist denn mit euch hier? Haben wir noch einen Anführer? Ich mach mein Handy da rein. Kommt er. Oh. Aber jetzt. Und. Bam. Nicht tot. Oh jetzt. Und weg. So. Sachsen. Das gibt ein bisschen AE, aber geht noch. So. So. Senden. Sehr schön. Damit ist Sachsen unser Vassal. Schauen wir mal uns das Freiheitsbestreben an. Okay. Ähm. Entschulden. Der hat keine. Schauen wir mal. Ähm. Savoy. Läufts. Dann gegen Spanien. Ehm. Ah. Verriedelt übergeben. Sehen gut. Man kann das nicht machen. Ne ne. Ist der unten fertig? Ne. Gut. Dann warten wir da noch. Dann warten wir da noch. Ist der da fertig? Oh. Nationalisten. Sehr schön. Ne. 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 Oder? Ah verdammt. Lasst doch die Nationalisten. Portugal wäre glaube ich ganz gut. Ah, der Oberpfiff ist ja schön. Und die Ring wir haben. So? Nee. Wenn ich das so mache. Ja gut, das geht eigentlich. Wenn ich das so mache. So, so. Sieht mal hier die ganzen Cambo und so. Besser nicht. Jufa auch nicht. Bikulis. So. Katar Emails auch nicht. Das ist echt viel AE. Asman haben wir noch. Reden. Ähm. Ich weiß. Die meisten kriege ich wieder raus. Hier noch ein bisschen Geld. Machen wir das mal so. Was? Ja. Und hier kommt's? Und hier kommt's? Ja. Das geht gut. Tunischen ist wieder frei. Oh, das klingt wie in Spanien verloren, ne? Geil. Nation entlassen, Geld an. Bunch. Ich brauche Bunch. Bunch. 67. 16, das passt. Da haben sie 83, das reicht eigentlich schon. Ach, du große Neun. Das geht nicht. Dafür haben wir jetzt Sachsen schon bekommen. Oh, wir haben die Karin bekommen. Dann geht mal her. Das geht nicht. Bunch. Gent an flandern. Und Geld an entlassen. Kriegsoperation und die 2 Provinzen. All dein Geld geht nicht. So, dann ist er wieder geschwächt. Sehr schön. Das nächste Mal erobern dann einfach. Gelder mag ich jetzt ganz besonders. Kann ich was sein machen? Ja. Bringt mir aber nichts, ne? Nee. Dank Gelder. Okay. Geht es nicht. Ah, jetzt. Handelsmacht übertragen. Dann noch. Gutrecht ist, glaube ich, kein... Nee. Ja, vielleicht mal Beziehung verbessern. Landern. Verwässern. Verwässern. Marokkanische. Marokkanische. Okay. Was ist mit dir? Einsames Schiff. Alle Schützen. Gehen weg. Alle Schützen. Gehen weg. Was dazu? So, jetzt kann ich erstmal fett ausbauen wieder. Mhm. Mhm. Gehen weg. Ja. Gehen weg. Dann bauen wir jetzt ganz fette Manufakturen. So. 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 Jetzt haben wir ein bisschen Überdehnung. Und die Starschamper. Die hat man nicht angehen sollen, ne? Ja. Das wird jetzt natürlich zum Verhängnis. So. Rebellen Marokko. Jenesische. Mose in Ameria. Mose in Ameria. Mose in Ameria. Jetzt lassen wir da Fettbeziehen verbessern. Ein bisschen Handel. Ein bisschen Nobel Kairo. Hm. Da brauchen wir noch. Da sind wieder kein Krieg mehr für. Ich habe auch keine Recruitenreserven mehr. Das ist blöd. Arkanische, können wir mal unterdrücken. Spanische? Ne, die haben zu viel. Können wir mal unterdrücken. Gibt noch ein bisschen Absolutismus. Ah, jetzt erklären die dir den Krieg. Ja, so war das aber nicht geplant. 65 von der Bürgerkrieg, okay. Ah, Mist. Kommen schon. Hier rund ich das zurück. Oh, ne, ne. Schade. Schade, schade, schade. Schade. Ist da irgendwas passiert? Was ist denn da los? Ne Spanien. Kann ich jetzt hin loben? Dööö. Rufen wir den mal wieder zurück her. Nein, keine Wolle. Machen wir nicht. So, können wir hier hinten weiter besiedeln. Machen wir hier gleich. Machen wir uns erstmal Australien. Ist es hier? Wo sind die andere? Hallo? 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 Wie ist der? Wie ist der? Äh... Da unten? Schauen wir den auch mal ab? Ich schicke mal den auch da hin. Ich habe keine Schiffe mehr, ne? Drei Stück brauchen wir mal. Drei Frühe Kappen. Was sind meine anderen Schiffe da unten? Ne. Da unten. Oh, da sind noch drei leichte Schiffe. Ich fisch die mal wieder ab. Wir machen nämlich aus den dreien. Ich kann keine Entdecker machen. Ich bin da ganz schön im Minus. Die Osmanen sind so riesig. Das ist so kacke. Boah. Einmal Kolonist. Mehr Kolonisten. Gleich mehr besiedeln. So. Müssen sie austauschen mit mir ab. Jetzt haben sie wieder alles zurückgeholt. Na gut. So. Wie schaut es denn hier aus? Münster mag mich nicht. Okay. Okay. Das läuft schon so lange. Echt übelst. Dann dann. Magst du? Halt wird macht übertragen. Ja. Magst du. so. So. Können wir hier mal jetzt erhöhen? Ne. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Dann gehts mal. Hier weiter. Hier wird abgerufen. Danke. Wir haben jetzt Flandern. Ja. Handelsmacht übertragen. Sein extra. Dump trip. Tampon. Hebele. Han. Hebele. 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 So, mal ein bisschen beschleunigen jetzt hier wieder, damit wir mal vorwärts kommen. Österreich! Zettieren. Na, mach mal. Zurück an die Front. Wie sind wir schon an der Front? Ah, Mann. Das nervt. Sachsen ist da. Machen wir da noch eine Staats-Ehe? Ja, genau. Das Stück ist schon wieder einmal weg. Warten wir da noch kurz. Dieser blöde Bürgerkrieg. Was? Nee, geht nicht. Kolinialer Grenzkonflikt. Das müssen wir das nicht ausmachen. Kirchenstab ist da. Okay. Selbst erhaltene Kolinien. Sehr schön. Auch selbst erhaltene Kolinien. Da müssen wir mal schauen, wie wir dann weitermachen. den Power kriegt man auch langsam wieder. Oh, da ist ein Händler bereit. Und wo schicken wir den denn mal hin? Hier hin, ha? Also abschöpfen. Ach nee, oder? Ist ja älter als ein Vassal von Österreich. Na gut, passt in dieses Handelhaus. Schon wieder ein Händler. Oh Mann. Ähm. Schicken wir den jetzt hin. Schicken wir den hin. Schicken wir den hin. Schaut ihn hier aus. Bordeaux. Chesapeake. M-Kanal. Lockt sie. Dann noch übertragen. Schicken wir den da hin. Ost in den Hang. Schicken wir den da hin. Ah, Kicks. 19 brauchen wir da. Na gut. Geht nicht. Dann machen wir das halt da rein. So. Ach, ich wollte die Flocke verbessern müsste. Es wird Zeit. Oh, wir haben zu wenig Anführer. Das ist schlecht. Die Spanische Nationalisten kommen auch bald. Und. Ah, man. Ein paar Gefälligkeiten. Okay. Österreich. Mag uns doch, oder? Ja. Deutsche Ordnung. Sowieso. Russland. Nicht so sehr. Russland haben wir nur noch ein Bündnis. Wirkliche Orten haben wir sowieso ein Bündnis. Wir wollen. Dann machen wir noch eine Staatsehe. Wieso wollen die nicht? So. Weil schon andere Länder haben. Schöner Frieden, ja. Die immer da abziehen. Danke. Und jetzt lexen die... ... die ziehen oder so. Oh, ein neuer Tonfolger, der ist ja gut. Zwei vom gleichen Schlag, ne, ich nehme die Diplo, die brauche ich dringender, eine neue Debatte, ein Händler, Handelseffizienz, machen die Handelseffizienz, Materne Spitzung, Aktion ignorieren, das Licht kann man hernehmen, abnimmt, oh, Geld auf jeden Fall. Was machen wir denn in der Karriere? Sollte ich es doch nach oben schicken? Das ist doch viel, oh, 68% erst. Sachsen ist sich noch etwas uneinig. Sie können sich gerne die Köpfe einschlagen, das passt. Ich bin halt abgerufen vom Kirchenstaat. Hm. Ich mache auf Holland-Mann-Spiel-Naschen-Netzwerk. Die Pose hier noch von Köln-Bölsch. Yeah. Wie schaut es denn eigentlich mit unserer Tech aus? Ah, läuft, okay. 4578, ich brauche mal. Hui. Bahari. Granada. Haben wir in Granada einen Start? Angangusisch. Okay. Musst du da jetzt weggehen, oder? Oh. Scheiße. Geht ja gar nicht weg. Kann ich direkt weg? Geht die Gegensform wechseln. Also kommt auf jeden Fall der englische Bürgerkrieg. Und der Klerus möchte schon wieder was haben. Na, toll. Geben wir den mal. Was ist da? Weischt. Gut. Dann machen wir erstmal wieder Schluss für heute. Endeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.